Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Bar Captain Super As a Rise of New Champions. Ja, es kann weitergehen hier im internationalen Turnier in der Junior Youth World Challenge. Wir sind in der zweiten Runden, im zweiten Vorrundenspiel gegen die Niederlande und oh mein Gott, das wird hart. Die Niederlande sind extrem mächtig. Ich weiß, ich hab das schon bei Italien gesagt, aber glaubt mir, die Niederlande, das ist ein anderer Planet. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, es ist Zeit für das Duell der 14er. Das war's für heute. 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 Da? Fuck, das gibt's doch nicht. Ah, ist recht nur für den normalen Tiger-Schuss leider. Komm schon! Komm schon! Yes! 1 zu 0 Das war extrem wichtig Das war so ein wichtiges Tor Das war so ein wichtiges Tor, dass ich noch vor der Halbzeit Oh fuck Nein Nein, 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 nein Hör auf, du willst den Ausgleich schießen Hui Der wollte den Ausgleich, das habe ich doch gesehen Das erkenne ich doch Geh vorbei an dem, sehr gut Okay Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Das reicht nur für einen normalen Tigerschuss leider Das wäre es jetzt gewesen Komm schon Matsuyama, geil Nitta, Tsubasa Fuck Gut gemacht, Spike Oh je Jito auf Hyga An dem vorbei Yes, da kommt er Friss den Neo-Tiger-Schuss Komm schon, den hältst du mich Yes 2 zu 0 Oh, sehr gut Das war so wichtig Das ist mein Neon-Tiger-Schuss Ja Das ist mein Neon-Tiger-Schuss Ja. Das war doch so. Ich werde nicht überlegen, dass ich das eine gewisse Team nicht verletzen kann. Wenn ich das Team nicht mehr verletze, dann werde ich das Spiel wiederum. Ich hoffe, dass ich mich damit nicht zu verletzen kann, damit ich mich nicht zuerst. Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. Ich habe mich nicht so schlecht. Misge. Ich habe mich nicht verletzt. Hüung? Ich verstehe mich sehr gut. Ich habe mich auch in meiner Sicht gewonnen. Das war's für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich mich wirklich für mich war. Aber ich glaube, der Grund ist, dass du dich. Ich bin der Grund? Ich bin der Grund. Ich bin der Grund, dass du dich auswählst. Ich denke, dass du dich glücklich bist. Ja, das stimmt. Ich bin der Tag der Hauptmannschaft in der Welt. Ich werde das große Herausforderung sehen. Ich habe mich für dieses Spiel gemacht, dass es sein. Ich habe mich für diese Spiel zu beheben, was ich für dich? Ich habe mich für diese Spiel zu beheben, aber ich hatte mich für dich in den ersten Spiel. Ich habe mich für dieses Spiel gemacht. Ich habe mich für dich gut gemacht. Ich bin so überzeugt. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt kommt es jetzt Zeit. Wir müssen gehen, aber wir müssen die Leidung durch. Wir müssen auch die Reise von uns an. Wir müssen uns auch auf die Reise gewinnen. Ihr könnt euch das Spiel machen. Ich bin sicher, dass ihr das Spiel mit mir verlebt hat. Man kann sich das Spiel auf die Reise zu verdienen. Das war's für mich, was ich. Die Leute, wie ich dachte, werden sie immer weiterentwickelt. Ich glaube, dass die Macht der Italien verletzt ist. Ich denke, dass ich mich nicht mehr interessiert habe. Ich denke, dass ich mich nicht mehr in der Zeit verletzt habe. Ich denke, dass ich mich nicht mehr in der Zeit gewonnen habe. Ich denke, dass ich mich nicht mehr in der Zeit gewonnen habe. Ich bin der ein, den wir am Weltkrieg, der ich am Weltkrieg bin. Die Dark Photo, ich weiß nicht, ich bin der Zeit für dich, das du dich. Ich bin der Fabrik, das ich am Weltkrieg bin. Ich kann so aufzuhalten. Ich kann es nicht mehr als jeden Mal die Weltkrieg. Die zweite Halbzeit und ich habe in der zweiten Halbzeit mehr Angst als in der ersten. Vor dieser Übermacht. Oh je, Hör bitte auf irgendeine Show abzuziehen, Brian. Ich habe da echt Angst vor. Oh, okay, Takeshi kommt raus dafür. Ist Mizugi jetzt drin? Ähm, will irgendjemand zu dem... Nicht? Okay, das ist okay. Ich, ich... Äh, danke, ich nehme ihn dann mal. Äh, ich, ich weiß nicht, was das jetzt war, aber... Es hat halt niemanden interessiert, dass da am Ball liegt. Ich meine, das sind gute Fußballspieler, es interessiert niemanden, dass da am Ball liegt. Das ist hervorragend. So. Chito. Gut gemacht. So, erstmal ein langer Pass auf Hyga. Auf Nitta. Auf Tsubasa. So, der geht mir erst an dem hier vorbei. Der geht dann auch an dem vorbei. Und frisst den Topspin. Mist. Er hat ihn gehalten. Das ist natürlich scheiße, aber... Ist jetzt... Ist jetzt so, wie es ist. Haben schon Spike? Geil. So. Okay. Nein! Oh, da wäre er gekommen. Da wäre der Negativ... Neotiger Schuss gekommen. Ah, was war denn das für ein Pass? Wow, Kluiwad, hör auf damit. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße! Oh, shit! Ich sag's doch, dass der drin ist, wenn der schießt. Oh, fuck! Okay, Hyga, du weißt, was du zu tun hast. Konzentriert bleiben. Wir müssen sofort ein Tor schießen. Ich hab Angst. Ah, ich hab nicht mehr genügend Willen für den Neotiger Schuss, leider. Ja, der normale Tiger Schuss reicht nicht aus. Der hat nicht genügend Wumms. Shit. Spike. Ja, gut gemacht. Okay, Hyga. Sehr geil. An dem vorbei. So, jetzt aber. Friss den Neotiger Schuss! 3 zu 1, komm schon! Nein! Wo kommt denn der Philipp her? Aber er kann ihn trotzdem nicht halten. Sehr geil. 3 zu 1. Ui! Alter, dieser Clayward! Ich hasse ihn so sehr! Wenn der... Nein! Gut gemacht, Spike! Sehr gut! Shit! Nein, 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 nein! Zubasa! Gut! Shit! Nein! Nein, 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 nein! Oh! Da, da, da! Alter! Da krieg ich Arschwasser! Okay. Einmal so. Sehr gut! So, friss den Neotiger Schuss! Komm schon, der muss rein! Der muss rein! Yes! 4 zu 1! 3 Tore Vorsprung! So ist das gut! Ich muss mit 3 Toren Vorsprung gewinnen. Mindestens. Sonst krieg ich keine extra Freundschaftspunkte. Und ich brauche extra Freundschaftspunkte. Gut gemacht, Mizuki! So. So. So, Zubasa. Hyga. So. Hahaha! Friss den Neotiger Schuss! Komm schon, komm schon! Was? Wo kommt der Philipp wieder her? Was soll denn das? Der war doch nicht mal in der Nähe! Oh! Da war der Philipp wieder! Okay. Nitta! Falsch! Schuss! Mann! Nitta! Du hast doch kein Tor in diesem Turnier geschossen! Normaler Schuss reicht auch nicht! Das gefällt mir jetzt nicht! Weil der Torwart... Oh nein! Komm schon! Der Torwart von denen ist so im Arsch! Schade! Kein weiteres Tor mehr geschossen, aber... 4 zu 1! Drei Tore Vorsprung, das ist sehr wichtig! Und ich bin ja insgesamt schon froh, dass ich nicht von... Holland an sich auseinandergenommen wurde. Da bin ich ja insgesamt schon froh! Oh! So, Hyga ist auf S! Takeshi ist auf B gekommen! Eng mit Hyga, sehr schön! Ich denke mal, das ist dann etwas, das sie austauschen will gegen Eng mit Tsubasa. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, in Orlanda gewonnen! Wir haben gewonnen, in Italien war eine schwierige Begegnung, aber... Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Und das war jetzt! Was gefällt mir, das ist der Rund von Butter und der Wielmacht! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, dass wir, in der Wielmacht starten werden! Und das ist der Rund von der Wielmacht starten! Wir haben gewonnen, weil wir, wenn wir alle Wettchen der Wielmacht haben. Wir haben gewonnen, dass wir, wenn wir, die Okay-Geräusche auswachen beinhamente, also wir haben, das Wasser zu entwickeln. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, als ich, das war! Das war's für heute. Ich bin ein sehr gefährliches Mann. Ich muss auch noch mehr aufpassen. Ich bin... 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 Alle, noch nicht! Ich bin schon bis zum Schrauben! Ich glaube, dass ich meine Riesen-Kleutel-Kleutel gewidt habe. Aber wenn ich das nächste Mal gewinnen und Italienklasse, dann kann ich noch nicht ein Problem werden. Ich kann mich nicht mehr so sagen, dass ich mich noch nicht verlebt! Das ist halt so! Ich glaube, dass ich es jetzt nicht der Riesen-Kleutel-Kleutel-Kleutel gewonnen habe. Ja, ich habe noch keine Riesen-Kleutel-Kleutel-Kleutel-Kleutel-Kleutel-Kleutel. Das ist dann auch her. Ich will es auch hier, mit Furt. Entschuldigen Sie! Ich werde dir bald, um dich zu sehen, was ich zu dem勝利? Ich werde jetzt noch einmal sagen, dich zu tun, und ich werde euch heute noch zufrieden. Ich werde dich mit dem Halt in diesem Körper auf dem Dwarven im Halt. Ich werde das nicht vergessen. Und wenn wir die nächste Mal wiedersehen, dann werden wir uns bestimmt gewinnen. Wir warten auf dich! Und Vorrunde Gruppe A, Spiel 2, Italien gegen Senegal. Ich bin... Ich bin der Senegal. Die Italien ist ein Team für die Counter-Teile, und es ist schwierig zu nutzen. Das ist eine Art von den Begriffen. Die Daten der Senegal haben, auch die Pre-Matchen. Aber das war das erste Spiel. Ich denke, dass diese Das war's für heute. Ich bin schon in der Zeit, dass ich den Schrauben habe. Das war die Ereignisse. Ich glaube, das ist ein Ergebnis. Ich habe keine Motivation gehabt, oder? Wenn ich das jetzt, dann wäre es das Spiel. Ich glaube, dass die Sänegal nicht so gut ist. Aber ich denke, dass sie schnell sind, und sie sind sehr hoch. Und wenn sie nicht so gut sind, dass sie nicht so gut werden können. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Abendessen. Oh, geil. Ich frage mich, was es heute geben wird. Ich frage mich. Ich habe es nicht so gut, Tupac. Wie war es, Tupac? Ich habe keine Ahnung, hier. Hast du schon geholfen? Danke. Es ist okay. Das ist gut, aber es ist nicht so. Ja. Das war's für heute. Tupen, ich habe ihn. Das ist ein Black Ball von Hüu-Ga. Wenn ich mich auf die Schmerzen habe, dann kann ich jemandem helfen. Ich habe auch so gemacht, dass ich mich über die Schmerzen habe. Hüu-Ga. Tupen, ich habe mich nur mit einem. Vorrunde Gruppe C Brasilien gegen Saudi-Arabien 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 Das war's für heute. Oh, das ist wirklich ein Barsch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du hast das Teamwork erkannt? Es ist ihre Strategie. Das war's für heute. 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 Gut. Spike? Spike? Das war's für heute. Oh, man. Mann, komm schon. cool. Hey. Hey, Spike. Das war's für heute. Und ich war's für heute. Das war's für heute. Wir haben's für heute. Ich war's für heute. Ich war's für heute. Ich war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. gut. Ich war's für heute. 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 Wenn das Duell irgendwann unvermeidlich ist. 50 Punkte. Das mach ich ehrlich gesagt an dem Spiel, dass man so ein bisschen bestimmen kann gegen, wen man dann im Finale spielt. Dass man im Story-Zweig nicht zwingend nur gegen Deutschland spielt. Sondern man kann eben auch gegen andere spielen. Aber ich bin der Meinung, dass Deutschland der schwierigste Gegner ist. Oh. Hey, Spike. Perfektes Timing. Wir haben im letzten Spiel echt an einem Strang gezogen. Findest du nicht? Äh, ich wusste es Wir sind ein tolles Duo Äh, stimmt also, ja Es war fast wie mit Takeshi zu spielen Da hab ich gedacht Vielleicht können wir zwei auch einen Zwillingsschuss entwickeln Oh, okay Das wusste ich jetzt nicht Ich hab auch Takeshi und Wakashimatsu Bescheid gegeben Damit wir ein bisschen trainieren können Oh, ich wusste jetzt gar nicht, dass man so einen Teamschuss mit Hüger haben kann Oh, das ist ja geil Äh, ich dachte, das läuft besser Reiß dich zusammen, Spike Häng dich rein Du hast wohl Probleme mit dem Zwillingsschuss Es wird dunkel Hören wir für heute auf, ja Nein, nächster Ball, Takeshi Nein, 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 wir vergeuden zu viel Energie Na los Hüger, verstanden Da kommt er Oh nein, ich hab ihn zu hoch gespielt Was? Da ist es Oh Was so Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Spike Also das war definitiv ein Zwillingsschuss Du hast es geschafft, Hüger Du warst auch Super Spike Mein Pass war schlecht, aber es ist ja nochmal gut gegangen Wir mussten ein wenig improvisieren, aber das war es definitiv Okay, das kommt in unser Arsenal Damit werden wir weltberühmt Definitiv Definitiv Doho Zwillingsschuss mit Hüger Geil Das ist sehr geil Das ist richtig, richtig geil So Okay Ich will weiter auf Kraft gehen Äh, ich hab jetzt hier nichts Neues Aber wir haben einen Kombo Schuss Ach, man kann zwei Kombo Schüsse Ja klar, logischerweise eigentlich Ähm Warte mal Eng mit Zubasa Das will ich dann austauschen mit Eng mit Hüger Ja, das hab ich mir gedacht Das erhöht nämlich Angriff und Kraft Das hab ich mir gedacht Deswegen will ich das haben Das hab ich mir gedacht Wie sieht's eigentlich mit meiner Trainingsausrüstung aus? Ja, ich hab noch alles ausgerüstet Sehr schön Okay Nächste Party gegen Senegal Okay, Leute Hört zu Los geht's Ich bin jetzt Das war's für mich. Und wenn man die Hedden mit einem Hedden kann, dann kann man die Hedden mit einem hohen. Ja! Auf der anderen Seite ist es, dass man die Hedden mit den Hedden und der Italien-Mann hat. Wenn man die Hedden hat, dann kann man die Hedden mit einem hohen. Aber die Technik und die Hedden sind hier. Ich möchte mich für dich, um zu kämpfen. Ähm, was sagen wir denn? Wir sagen, wir bleiben auf dem Teppich, komm schon. Wir sagen, wir bleiben auf dem Teppich, komm schon. Wir haben bereits die Tore. Wir denken, dass wir das Spiel nicht sehr wichtig sind. Ich glaube, dass ich mich nicht so richtig fühle, aber ich glaube, dass ich das erste Mal in der Welt habe. Ich denke, dass ich nicht eher ein starker Spiel kann. Aber es ist das nicht so, dass ich mich nervösse, was ich dacht mir. Na ja, wenn ich mir ein Mal aufzuhören, dann habe ich mich mit dem Widerstand geschlossen, aber ich habe es nicht so, dass ich mich nicht mehr wünsche. Und was ist es das? Das war so, dass wir in dieser Spiel auch in der Leidenschaften und dann in der Leidenschaften gewinnen! Alle, in der Lage sind, und gehen Sie an der Eier! Oh! Wir, in der Art des Geistes, die heute ist das letzte Mal? Sorry, dass ich die meisten der Eiererleidenschaft haben möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut bin. Was ist das? Du bist nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, dass ich nur eine Art und Weise nicht so einfach für eine Art und Weise gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so einfach für die Welt schreibe. Das ist das, Sangoor. Ja, ich denke, dass ich so. Ich glaube, ich glaube... Das ist ein guter Mann. Heute, an der Sänegal-Säcke, den Sie sehen, in der Welt. Was hast du deine Antwort? Ja. Ich habe mich nicht mehr als die Welt, die ich nicht mehr als die Welt zu gewinnen. Ich habe mich nicht mehr als die Welt zu gewinnen. Das ist ... ich habe mich nicht mehr als die Runde und die Jumpe. Dann geht es, San-Gol. Ich habe mich nicht mehr als die Künstler, aber ich bin der Technikantin, wie ist dein Ziel für die Team? Was ist das, was ich? Ich habe das Gefühl, dass ich das Team gut gemacht habe. Das stimmt. Deswegen habe ich diese Art und Weise gemacht. Aber... Hast du eine Frage? Nein... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube... Charlo! Hm? Das war's für heute. Das war ich. Bis zum nächsten Mal. 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 Das heißt aber auch, dass wir Senegal vollkommen vernichten müssen. So, Spike. Sehr gut. Sehr gut. Geil. Erstmal schon mal an dem vorbei. Okay, frisst den Tigerschuss. Bis zum nächsten Mal. Hä? Hä? Okay, gut gemacht. Ichisaki. Ichisaki. Ich darf nicht so nachlässig spielen. Aber es tut mir leid. Aber es tut mir leid. Ich brauche die Punkte. Bitte. Bitte. So. So. Okay, frisst den Tigerschuss. Das ist leider. Ich wollte jetzt gerade so einen Komboschuss mit Hüger. Aber Hüger ist leider nicht mitgelaufen, der Trottel. Schade. An ihm vorbei. So. An ihm vorbei. So. Okay. Schön alle ausgetrippelt. Spike. Nochmal ein Tigerschuss. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss das jetzt anders machen. Ich muss jetzt einfach... Ich muss jetzt anders machen. Ich brauche das Tor. Das machen wir jetzt so. So. Und ballern dem einfach mal Neo-Tiger-Schuss entgegen. Ich brauche das Tor jetzt. Was? Der war doch nicht mal in der Nähe? Der war doch nicht mal in der Nähe von meinem Schuss. Das ist immer das Problem. Die sind oft nicht mal in der Nähe von eurem Schuss, aber können ihn blockieren. Autsch. Komm schon Spike. Was? Geil. Schön vorbei. Okay. Nicht da. Okay. Spike ist am Ball. Das ist jetzt sehr wichtig. Zack. An dem vorbei. Schöner Passaufüger. Geil. Na, das habt ihr jetzt nicht gedacht. Jetzt kommt hier der Neo-Tiger-Schuss. Okay. Senegal wird vernichtet. Da brauchen wir nicht reden. Das ist 2 zu 0. Natürlich. Hyga ist so eine Bestie. Okay. Wir müssen auf jeden Fall mit drei Punkten Vorsprung gewinnen, damit wir extra viele Punkte bekommen. Autsch. Autsch. Aber das ist das. Das kriegen wir hin. Spike. Nimm du ihm den Ball. Ball ab. Würde ihm mal bitte einen entgegenlaufen. Wow. Gut gemacht. Ui, das war jetzt knapp. Autsch. Man. Nice. First of all. Matsuyama. Wow. Danke. Okay. Nitta ist am Ball. Das ist okay. Auf Tsubasa. Zack. An dem vorbei Ah, shit Ich komme da jetzt schön sneaky vorbei Chito Komm schon, komm schon, komm schon Nimm dir mal bitte einen an den Ball ab Ich brauche hier einen Rasiermesserpass Der kein Rasiermesserpass wurde Aber das ist okay Hauptsache nicht da den Ball Schöner Pass auf Flüger Eigentlich nicht, das war alles andere als ein schöner Pass Aber es hat funktioniert immerhin Okay, jetzt ist er eine freie Bahn An dem vorbei Und da kommt das Yes, Neo-Tiger-Schuss 3 zu 0 Geh rein Komm schon, yes Das war jetzt wichtig Weil das bedeutet Schon mal 3 zu 0 Und das bedeutet, wir können uns jetzt in der zweiten Halbzeit Darauf konzentrieren Ähm Mit Spike Äh, äh, die, die Werte zu verbessern Wie geht es jetzt in der zweiten Halbzeit? Ich glaube, das war jetzt in der zweiten Halbzeit Oh Gott, das war jetzt in der zweiten Halbzeit Ich glaube, ich habe auch schon gewohnt, dass ich mich überraschend bin. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass es besser ist. Ja, danke. Ich glaube, dass die Sänegal ein einfaches Sackern ist. Ich glaube, dass die Sänegal ein einfaches Sackern ist. Aber die Sänegal-Sang-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol. Es gibt keine Grenzen aus dem Atmen. Ich weiß, ob ein Wesen geht. Du hast alle was lernt. Du hast hast hier geschenkt. Du hast den Mannschaften nicht gehört. Es ist die Sänegal-Gol-Gol-Gol-Gol-Gol. S-Mamaher, hätte ich mit dem Wesen. Eimper du viel Spaß? Was für mich? Die Stimme hat auch gesagt, wie du was mit dem Spiel? Was hast du gesagt? Ich werde das mal sagen. Ich werde keine Sackers sagen. Ich werde das nicht gewinnen. Ich werde das nicht sagen. Ich werde das nicht sagen. Ich sage das heute. Herr Kampfer, ich habe mich auf deinem Weg gemacht. Ich habe mich nur mit meinen Gedanken gemacht und mit meinen Gedanken gemacht. Was ist das? Ich habe mich auch mit anderen Sachen gemacht. Ich habe mich auch mit meinen Sackern gespielt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja, ich habe immer noch etwas mit dem Spiel gemacht. Aber... Wir haben uns als kleinere Spieler gespielt. Das ist das, was wir wissen, was wir. Wir sind nicht anders mit uns. Das ist das, was wir haben. Wir sind wirklich super. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Senegal will gefährlicher werden, gefällt mir natürlich gar nicht, aber ich muss jetzt einfach mal dafür sorgen, dass ich vielleicht gegebenenfalls nochmal ein Tor schieße. Damit ich ein gutes Polster habe. So. Einmal an dem vorbei. Und Tiger Schuss. Yes. Da haben wir es, das 4 zu 0. Oh, hervorragend. Okay. Das ist das, was ich. Das ist nicht das, was ich. Oh, Sangeol. Ich werde das, was ich schnellstens, was ich aufsteh? Oh, das ist das, was ich. Aber wenn ich so weit weggelebt, dann kann ich mich nicht mehr so schnell gehen. Nein, nein, werde dir nicht. Ich, 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 ich ersticke es alles im Keim. Das, nein, hör auf, nein. Nein. Aus. Gut gemacht, Spike. Nein. Nein, 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 komm her. Yes. Okay, Hüge am Ball. Sehr geil. So. Ich könnte jetzt den Ball zu Matsuyama passen und wir würden dann einen hundertprozentigen Treffer bekommen. Nein, was war das denn? Wie hat er den noch bekommen? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Komm her. Yes. So. Wir haben jetzt den Ball zu Matsuyama gepasst. Und jetzt bekommen wir in der Sequenz einen hundertprozentigen Torschuss. Sie haben einen hundertprozentigen Torschuss. Sie haben auch schon gesehen, wie ein Hüge für den Kamm-Tschuss. Aber das ist das Grund, dass ich nicht der Kamm-Tschuss und ich, denn das ist der Kamm-Tschuss, der ich, der der Europäische Bericht, nicht in den Kamm-Tschuss. So, alle. Das war Matsuyama. Der hat im Driebler dritten gemacht. Allgemeine, Kahnter. So, zurück. Oh. Was ist das? Das war's für heute. Der Weg ist schnell, Tegel! Keine Hüger! Keine Hüger! Keine Hüger! Das ist das! Keine Hüger! Keine Hüger! Keine Hüger! Keine Hüger! Was? Ich habe mich gesehen! Nichts! Ich habe mich an, die ich die Fußballer, die ich! Ich bin der Vorwache! Ich bin der Vorwache. Ich bin der Vorwache. Ich bin der Vorwache. Ich bin der Vorwache. Was? Ich bin der Vorwache. Bis zum nächsten Mal. Nichts! Das war's für heute. Ja, ich werde mit dem Anstrengung passen, damit ich mich auf jeden Fall verletzeuge. Was ist das? Hahaha! Ich muss mich, wenn ich das letzte Mal verletzeuge. Wenn ich das sage, dann hätte ich das nicht verletzeuge. Das ist jetzt die ganze Team. Und somit hat Matsuyama eben seinen Superschuss bekommen, den wilden Adlerschuss. Können wir jetzt im restlichen Verlauf des Turniers einsetzen? So, einmal schöner Pass auf Spike, damit der gleich wieder am Ball ist. Sehr gut ausgewechselt, zack, jawoll. Oh shit, ich komme an dem vorbei. Chito. Nein, 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 Matsuyama, shit. Gut gemacht, Chito. Äh, was war das für ein Pass, Spike? Ja, es war ein Pass auf Zubase, ich sehe es jetzt erst. Weil, weil die anderen gar nicht erst zu dem Pass sind. Ich, ich verstehe. So, warte mal, könnte mal bitte einer, Ishizaki, Ishizaki. Fuck. Okay, Chito. Der, der, Chito regelt. So, Zubase hat den Ball auf Hüge. Hüge, ah shit. Das wäre der, da war ich schon wieder auf dem Weg Richtung, Richtung 6 zu 0. Gut gemacht, Matsuyama. Komm her. Zack, auf Spike. Sehr schön. Haha, an dir vorbei. Ah, fuck. Ich, ich brauche die, ich, ich brauche die, die Punkte mit Spike, Entschuldigung. So, schön vorbei. Und da hat er wieder den Ball verloren. Komm schon, Chito. Ah, das sind so, das sind halt so Chito-Dinge, weißt. Das sind so Chito-Dinge. Das ist der Gegner, komm den, nein, 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 nein. Fuck. Oh, shit, der ist drin. Ja, gut, ich bin noch drei Punkte vorne, das ist alles in Ordnung. Aber ihr seht es, wenn der, solche Superschüsse, die sind drin. Ja, ich bin noch drei Punkte, ich bin noch drei Punkte. Gut, das Tor geht voll auf meine Kappe, das liegt einfach darin, dass ich Senegal einfach nicht ernst nehme. Aber das ist kein Problem. Wenn Senegal meint, ein Tor zu schießen, dann schieße ich einfach noch eins. Eigentlich so einfach ist das tatsächlich. Was? Komm schon, da wäre jetzt der Tiger-Schuss gekommen. Der Unaufhaltbare. Den hättest du nie gehabt. Chito. Chito. Gut. Also mein Hygge. Einmal mit dem vorbei. So, Hygge, du weißt, was du zu tun hast. Sehr gut. Yes. Also der Neo-Tiger-Schuss. Und yes. 6 zu 1. Hervorragend. So, auf Spike gleich wechseln und damit der noch irgendwie den Ball abnehmen kann, aber was nicht klappt. Deswegen muss Chito eingreifen. Was? Wakabayashi? Gut. Auf Wakabayashi kann man sich halt verlassen. So. Sehr gut. Großartig. Sehr geil. Ah, da hat er mich noch vor dem Strafraum zum Fall gebracht. Schade. Aber ich denke mal, ich kriege hier ordentlich Freundschaftspunkte. Und ich bin auch mit dem Ergebnis zufrieden. Das hat er nicht verhindern können. Aber dennoch. Oh yes. Die Teamwork-Anzeige ist nochmal erhöht. Sehr gut. Chancebonus. Oh, das ist geil. Das ist geil, aber die Frage ist, ob ich das jetzt noch brauche. Aber das ist auf jeden Fall geil. Und hier haben wir es. Misaki ist schon auf Rang S. Takeshi ist auf S. Pierre ist auf S. Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Es geht anscheinend nicht höher als S. Es wird vielleicht angezeigt, aber es geht nicht höher als S. Okay. Weil sonst wäre ja... Alter, was geschieht hier gerade? Schaut euch das mal an, was hier gerade passiert. Oh, ist das herrlich. So, und jetzt kommt das andere noch? Ja, es geht nicht höher als S. Isawa ist auf S. Kalz hat es nicht auf S geschafft. Alter. Sehr geil. Okay, höher als S geht schon mal nicht. Es gibt kein SS oder sowas. Okay. Takeshi ist auf S. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte Hüge und Takeshi auf S. Das ist das, was ich. Ich habe, wenn ich mich nicht glaubte, in der ich mich nicht verstanden habe, und ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Okay. Ich hab dich nicht ausgeschieden. Ich mach mir auf den試合. Ich habe mich nicht gewonnen. Ich habe mich gewonnen. Ich habe mich überrascht, aber ich habe auch schon gesagt, dass ich mich überrascht. Ich glaube, dass ich mich überrascht. Aber ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht. Vielleicht hat ich mich überrascht. Was ich sagen? Ich habe nur noch einen Technik. Ich habe mich überrascht, was ich überrascht. Ich habe mich überrascht, was ich mit dem Weg zu können. Das war's für mich. Du bist nur in der Welt. Ja, das war's für mich. Wir haben, dass wir so großartig gespielt haben, weil wir so großartig sind. Ich denke, dass die Welt der Welt gesehen haben, dass wir das wissen. So, so... Wenn wir so großartig gespielt haben, dann werden wir in der Welt kämpfen. Ich denke, dass die Anführung nicht nur für dich. Aber ich glaube, dass wir das nicht in der Welt machen. Ich werde auch in der Welt unterstützen. Aber ich bin verschieden, dass ich um Menschen in der Welt gibt. Ich werde auch in der Welt machen. Ich werde mit mir alle ihre Kraft schützen, und wenn wir alle zusammen essen, dass es, wenn wir alle in die Stadt zusammenarbeiten. Das ist der Grund, wenn das egal. Oh! Wir können uns mit der Weltosse um Means zu spielen, und wir können mit der Welt der Welt woanders kämpfen. Dann gewinnen. Das war's für mich. Ich bin froh, Herr Rester. Aber wir sind heute mit den Garten. Ich freue mich, die Schmerz auf den Garten. Ich bin froh, Herr Rester. Es gab die Schmerzen, Herr Rester. Was? Ich habe mich gewusst, aber ich habe mich zu haben. Das war's für heute. Das ist wichtig, dass es nur die Kraft oder die Technik nicht mehr zu weiblos gibt. Dasselbeidemt, dasselbeidemt, dasselbeidemt und die Anwälte einigermaßen, dasselbeidemt, 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 dasselbeidemt. Dasselbeidemt, dasselbeidemt, dasselbeidemt. Was, der Rästlager ist, hat mich darauf gegründet. Das war's für heute. Da gibt es jetzt viele Rangaufstiegsereignisse. Oh mein Gott. Viele S-Ereignisse vor allem. Oh, das wird toll. Da bekomme ich jetzt echt viele nach dem Spiel Japan gegen Senegal. Da bekomme ich jetzt echt viele Punkte. Oh, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Und das Spiel begann. Wie erwartet suchte die Niederländer sein Heil in der Offensive, während Italien sich aufs Verteidigen verlegte. Die niederländischen Angreifer legten los wie ein Wirbelwind, aber dank der brillanten Paraden von Hernandez gelang es Italien die Null zu halten. Dann nach 24 Minuten in der ersten Halbzeit. Das Haken zu haben. Nach der Führung setzte die Teilen auf seine Cancatenaccio-Taktik. Doch das war wohl etwas voreilig. Nachdem sich Italien zurückzog, drehten die niederländischen Angreifer so richtig auf und spielten italienischem Verteidiger müde. Und nach 16 Minuten in der zweiten Halbzeit Auf Wiedersehen. Nach dem Ausgleich griffen die Wielerande weiter an, wie Klövert es verlangt hatte. Doch die Italiener, ermutigt durch Hernandes Ansprache, hielten ihr Abwehrbollwerk dicht. Zwei Minuten vor Schluss machte sich die Anstrengung bei den italienischen Verteidigungen doch bemerkbar. Ihre Beine wurden müde. Und dann... Hübeer den Ratsang, der Kaiser-bürenten Herr Derby ist er nahe. Dwarf ist die Anstrengung der Kaisers-Bürense Erleunen. Nur weiter, Herr Oberde ist er zuvor. Es gibt die Anstrengung an, die Kaisers-Bürense Erleunen. Wir sind der Kaisers-Bürenne Intensivans. Eben, der Kaisers-Bürense Erleunen und der Kaisers-Bürense Erleunen. Dwarf ist er, Herr Oberde ist er noch nie compatibel. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für mich. Ich war's für mich. Ich bin fertig. Ich bin zurück. Ich bin nur ein Mann, Lutschiano. Ich bin nur ein Mann, die drei Leute von den Orland-Defendern sind. Das ist ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Das ist Lutschiano. Das ist ein sehr schönes Riefstück! Sie sind drei Leute auf der Olanda Defender, Sie sind noch nicht auf die Ball zu gehen! Sie sind so weit im Moment. Das ist so... Du bist so dumm! Das ist so schwierig! Das ist gut, Dick. Ich bin noch Zeit. Ich werde zurück, ich werde zurück. Das war's für mich. Das war der Rutsch-Arch-Port. Er hat sich geholfen, oder? Er hat sich geholfen. Er hat sich großartig geholfen. Das war der Italien-Bangeh-Cuse. Nein, das ist nicht! Er ist ein Spieler hier. Er hat sich gegen die Schmerzen vorgelegt. Das war's. Das war's. Das ist der Wettbewerb von Taludeli! Das war's! Was war das? Wir haben keine Zeit, oder? Das war der Wettbewerb. Das war der Wettbewerb der Wettbewerb. Der Wettbewerb der Wettbewerb ist mit dem Lutiano. Taludeli! Das ist der Wettbewerb! Das ist der Wettbewerb! Wir haben Kapfig! Wirentialmachen im Gegensatz! Der Wettbewerb! Das war der Wettbewerb der Wettbewerb des Supern única помогenLY! Ein beten Reyes! Er hat sich Besucher mit dem Menschenscherteilung, wer inав Grafteволen pausen war und sich시면 der Wettbewerb. Dieseeten, der Wettbewerb der Wettbewerb. Er hat sogar etwas Auf стол Seriously! Was war das? Ich habe das nicht gesehen. Ich bin meiner... Ich bin der Italiener Sacker. Das ist der Spiel. Der Spiel ist Schluss! Der Statt ist der Stattel gegen Ola. Das ist der Stattel der Stattel. Der Stattel hat sich in der Stattel-Torna. Der Stattel ist der Stattel-Torna. Der Stattel-Torna. Ich bin der Luchiano, der ich in Italien mit der Luchiano gewinnen und Eichelchen verletzt. Ich bin der Luchiano, Luchiano! Ich bin der Luchiano, ich bin der Luchiano. Ich bin der Luchiano, ich bin der Luchiano. Luchiano, ich bin der Luchiano! Gino, ich bin der Luchiano. Luchiano, das ist dein ZDF, für heute. Ich bin der Luchiano. Nein, es ist egal. Ich habe jetzt aufgezei, dass ich die Linke und zurückklasse. Ich habe mich, dass du die Harn supports. Ich habe das letzte Luchiano geflogen, die dich im Justizia und das andere vergangen. Ich bin der Schlüssel bezüglich des Brissen. Ich versuchze, dass du es gerade aus der Runde geht. Ich bin der Luchotter für heute, dass ich mich richtig dankbar habe. Ich bin mir sicher. Was ist das? Ich bin schon wieder. Ich bin nicht so ein Wettbewerb. Dann werden wir einfach ein Hightouches. Ich bin so ein Wettbewerb. Das ist so ein Wettbewerb. Dann gehen wir schnell in die Krankenhaus. Das war's für mich. Der Fall ist ein ganzes Wettbewerb. Ich bin sicher, dass du hier in deinem Wettbewerb wirst. Ich bin sicher, dass du nicht in deinem Wettbewerb wirst. Aber ich bin sicher, ob es das Wettbewerb ist. Ich bin sicher. Ich werde dich auch mit dem Wettbewerb mit einem Wettbewerb. Der Wettbewerb, wenn du dich in deinem Wettbewerb wirst, dann muss ich dich um die Wettbewerb. Das Wettbewerb wird jetzt von hierher. Das war's für heute. 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 Ich hat nicht vergessen, Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. neue Leute. Ein Freund ist, ist ein Freund, egal wo er ist. Das war's für heute, wenn wir mal ein bisschen trainieren. Das war's für heute. Also gehen wir zusammen. unser bestes. Super-Joker. Geil, 100 Punkte. Ja, das war's für heute. Du bist echt eine Nummer Sagt man das so? Du bist echt eine Nummer Ja, gut Okay Du spielst mit Zubasa auf einem Level Und deswegen bin ich Deine Einstellung geht nicht, Takeshi Was ist los mit dir? Spike Was ist los mit dir, Takeshi? Spike Alter, wie Kuchirui beobachtet Schau ihn dir an Higa, geht es Takeshi gut? Irgendwas scheint ihn total zu stören Lass ihn Was? Wir dürfen uns da nicht einmischen Wir müssen still bleiben und zusehen Spike 100 Punkte Leute, nutzt die Seiten mehr Und trefft mich in der Mitte Okay, ich bin dran Da Pascal, Doppelpass Okay, Dias, mach es Mich kann niemand aufhalten Boses, du bewegst dich nicht genug So werden Napoleon und ich Dauernd gut verteidigt Äh, alles klar, ab hier Hey Spike Wolltest du nicht irgendwo trainieren gehen Wolltest du nicht irgendwo trainieren gehen? Ähm W-w-was soll Oder nicht, Takeshi Wolltest du nicht irgendwo trainieren gehen? Ist die Frage Und meine Antwort Oder nicht, Takeshi W-was? Es ergibt nicht mal Sinn Hä? Ich wusste gar nicht, dass du da bist Aber Das ist deine Schuld Du hättest wenigstens etwas sagen können Nicht, dass es wichtig wäre Nach dem, was du vorhin gesagt hast Ist mir etwas klar geworden Du hast so hart wie nur möglich trainiert Um mit Tsubasa mitzuhalten Und Obwohl ich es gesehen habe Weiß ich nicht, wie ich so naiv sein konnte Ich darf ihn nicht Ich darf ihn nicht fertig machen Weil er Besser ist Sondern muss alles tun, um diese Lücke zu schließen Ich habe entschieden Tsubasa um jeden Preis einzuholen Deswegen beobachte ich die Teams der Welt Und studiere, wie sie trainieren und spielen Aber Jedes Team hat einen völlig anderen Stil Das hat mich nur daran erinnert Dass Tsubasa immer noch der Spieler ist Den ich am meisten bewundere Ich muss also damit aufhören Ich habe endlich meinen Lieblingsspieler an meiner Seite Jetzt muss ich ihn zusehen Und alles aufsaugen Wenn ich mich langsam zu Basis Niveau annähern kann Ist das gut für das Team Und wir sind in der Weltspitze einen Schritt näher So ist das richtig Dass ich mich nur dank dir aufrappeln konnte Als ich am Tiefpunkt war Du warst eine echte Inspiration Wir müssen uns als Nationalspieler gegenseitig unterstützen Naja Das Nachmittagstraining geht gleich los Wir müssen schnell auf den Platz, Spike Danke, Spike Du bist sowohl mein Rivale Als auch mein bester Freund Oh, der beste Freund Ich dachte, das ist bei dir, Hüger Ich habe es dir gesagt, Wakashimatsu Ja Spike ist der erste gleichaltrige Rivale, den Takeshi hatte Seit er auf die Mittelschule gekommen ist Die Inspiration, die er aus dem Wettkampf mit ihm zieht Können wir ihm einfach nicht geben Ja, das klingt definitiv, als wäre es wahr Danke, Spike Dank dir wird Takeshi zu einem größeren und besseren Spieler Du wirst Takeshi Stärke bei der Landesmeisterschaft nächstes Jahr kennenlernen 200 Punkte Geil Hallo Spike Hallo Punktemaschine Bist du gekommen, mich herauszufordern Nein, ich bin gekommen, um 200 Punkte von dir zu holen Ich habe mein Versprechen nicht vergessen Aber heute geht es leider nicht Tut mir leid Ich werde gleich an einem Wohltätigkeits-Fußballtraining von Mr. Cardinal teilnehmen Kann ich mitkommen? Dich interessiert so etwas auch? Das freut mich An wohltätigen Veranstaltungen im Ausland teilzunehmen kann ziemlich lehrreich sein Komm, gehen wir Schau dir all die Nationalspiele aus allen möglichen Ländern an Wir haben wohl alle Interesse an solchen Veranstaltungen Hier findet das Training statt Du kannst mein Assistent sein Lass dich von den Schülern nicht einschüchtern Du musst ihnen nur vermitteln, wie viel Spaß Fußball macht Also gut Dann lass uns mal loslegen Heute gibt es keine Gegner Heute gab es keine Gegner Ich hätte nie gedacht, dass ich mitten in einem so harten Tunis mal so viel Spaß haben würde Zu sehen, wie viel Spaß alle hatten Hat mich daran erinnert, wie ich mit den Spielen begann Ich komme aus einer reichen Familie und das war immer ein Thema Die Leute haben mich entweder gehasst oder versucht sich einzuschleimen Das ging so weit, dass mir irgendwann alle nur mehr auf die Nerven gingen Aber dann entdeckte ich den Fußball Hier haben wir ein Spiel, bei dem das Feld und der Ball und die Regeln für alle gleich sind Egal wo sie herkommen und wie viel Geld sie haben Hallo Eishockey, dir ist es nicht egal Hallo Eishockey, bei dir gibt es überall unterschiedliche Regeln Wollte ich nur mal angemerkt haben, es hat überall und war Wie kann ein Sport existieren, der in Deutschland andere Regeln hat als in den USA zum Beispiel Wie kann sowas existieren? Daran hat mich das heute erinnert Fußball ist wirklich das Beste der Welt Ich liebe es Und du liebst Fußball auch, das sehe ich Und du warst immer ein ziemlich guter Lehrer Ich war besonders beeindruckt davon, wie schnell du dich hier eingefügt hast Außerdem habe ich jetzt deine Technik mal aus der Nähe gesehen Du hast echt Talent Lass uns nächstes Mal ein echtes Duell machen Das würde ein Spaß werden Entschuldige wegen der plötzlichen Alleinerinnerung heute Danke, dass du mitgekommen bist Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz Unglaubliche Ausdauer Oh, das klingt gut 100 Punkte Das war wahrscheinlich Sint A Ich kriege so viele Punkte Hey Spike, entschuldige wegen neulich Wär es, wenn ich dich als Ausgleich dafür zum Training mitnehme Sollte ganz lehrig sein, mal eine andere Mannschaft zu sehen Alter, wir werden danach auf jeden Fall Pakete kaufen Wir werden danach auf jeden Fall Booster Packs kaufen, meine Freunde Das werden wir noch machen Ich freue mich drauf Wir werden sowas von Booster Packs kaufen Nicht schlecht Hätte nicht gedacht, dass jemand der jünger ist, als ich so gut sein kann Kein Wunder, dass du Nationalspieler bist Na klar, Mann Er hat bloß nicht nahelässig, damit du deinem großen Wort noch Tarken folgen lassen kannst Da fällt mir ein Ich hab gehört, euer Team besteht aus Spielern aller möglichen Schulen Das ist das genaue Gegenteil von uns in den Niederlanden Wir kommen fast alle vom selben Verein Klövert, ich, Kaiser, Lensenblick, Dirk, Dolman Wir sind die absolut besten des Landes Das Team wurde für einen berühmten Scout zusammengestellt Deshalb kennen wir uns alle in- und auswendig Und verstehen uns auf dem Feld praktisch blind Im Vergleich zu uns klingt euer Ansatz echt mühsam Muss man da als Team nicht ganz bei Null anfangen? Naja, ist ja nicht so, dass bei uns immer alles ganz glatt läuft Egal, lasst uns beide unser Bestes geben Um unser Team zum Sieg zu führen Flankenmaschine Geil 100 Punkte Immer mehr Punkte, Punkte, Punkte Hey, Spike, läuft ganz gut bei dir in letzter Zeit Hey, kommst du heute Abend mit mir Verteidigung trainieren? Äh, Verteidigung? Nee, gehst du einiges durch den Kopf Komm schon, bitte Okay Machen viele Stürmer oft Verteidiger trainieren Damit sie wissen, wie ein Verteidiger auf einen Stürmer reagiert Zum Beispiel Damit sie dann wiederum im Umkehrschluss besser auf den Verteidiger reagieren können Los, zeig, was du kannst Du bist echt gut geworden Ich muss auch in meine Abwehr feilen Danke, dass du heute mit mir trainiert hast, Spike Das Team hat viel zu viele gute Mittelfeldspiele Klar, vor allem Tsubasa, Misaki und Mizugi Aber auch Savada, Masao und Katsubu und sogar Sano Äh, spielst manchmal Mittelfeld, obwohl es schlimmer ist Und du natürlich auch Ich war immer Mittelfeldspieler Ich bin richtig gut in der Luft Und ich glaube, mein Dribbling, mein Passspiel und mein Schuss sind auch okay Wenn ich mich also in der Abwehr verbessern kann Dann bin ich vielseitiger und kann an beiden Enden was beitragen Wenn ich auf jeder Position spielen kann Dann kann ich dem Team echt helfen Hoffe ich Ups Jetzt habe ich so viel geredet Zurück zum Training 100 Punkte Schade eigentlich, dass Nitte in dem Spiel nicht so gut ist Ich habe ja noch ein anderes Zubasa-Spiel Nämlich für, ähm Fürs Handy Und Captain Zubasa-Dream-Team heißt das Und alter Nitte Hey, der zerstört alles Mein Nitte zerstört alles Ich komme Nicht mit mir Wow Es ist mir leid, Takasugi Alles okay? Ja, ja Mir geht's gut Mein Knöchel fühlt sich nur irgendwie Ah Du musst sofort zum Arzt, Takasugi Okay Okay Wen können wir einwechseln? Jetzt kommt mein großer Auftritt Isawa, du kommst rein Jawohl, Captain Hey Trainer Warum wechseln wir Isawa für einen Verteidiger ein? Isawa Du arbeitest seit einer Weile in deiner Freizeit an der einer Abwehr Tja Jetzt kannst du es mal im Spiel ausprobieren Danke, Trainer Hätte keiner an, dass er so hart arbeitet Also ein Beinbruch, Isawa Danke Was ist, Spike? Gut, dass wir Abwehr trainiert haben Ja, danke für die ganze Mühe Aber ich hatte keine Ahnung, dass der Trainer zuschaut Das war ein riesen Schock Tja Takasugis Knöchel geht es gut Und ich konnte meine harte Arbeit zeigen Es war also heute ein guter Tag Wenn ich nächstes Jahr mit der Mittelschule fertig bin Will ich für die Nankatsu Oberschule spielen Und nicht nur ich Taki Und Kisugi Und Takasugi Und Mogurisaki Und Naja Vielleicht auch Kisugi, wenn er die Schule schafft Jedenfalls glauben total viele Leute Dass Nankatsu ohne Tsubasa Nicht mehr so gut ist Aber denen werde ich es zeigen Ich meine, wir sind schließlich gerade hier, oder? Wir lernen von ihm Und den anderen Topspielern Ich zeige ihnen, wie gut ich im Mittelfeld bin Ich kann von unserem gemeinsamen Training total profitieren, Spike Gehen wir die Welt erobern 200 Punkte Oh, das werden so viele Booster-Packs Hey Da bist du ja Ich hab dich im letzten Spiel beobachtet Was für ein Spiel Das dich seit unserem letzten Aufeinandertreffen Echt stark verbessert Ich hab auch gesehen Wie viel mehr Siegeswillen du mittlerweile hast Weißt du, was der japanische Wille ist? Äh, was soll das sein? Bisschen komisch, dass ein Deutscher das einem Japaner erklären muss Äh, es muss wohl was dran sein Das, denn obwohl du den Begriff nicht gekannt hast Scheinst du diesen Geist auch zu besitzen Das überrascht dich jetzt vielleicht Aber meine Lieblingsspiele sind die Die mit so viel Herz und Leidenschaft spielen wie du Nutze diesen japanischen Willen Und kämpfe dich ganz nach oben, Spike Dynamo 100 Punkte So viele Punkte Ja Du dribbelst wie immer, Kojiro Redest du von der Grundschule? Brauche keine komplizierten Zickzacks Denn ich laufe mir einfach direkt aufs Tor zu Ja, ich weiß noch, wie du durch alle hindurchgepflügt bist Und das gleiche gesagt hast Aber ich hab die Finte nicht vergessen Wie du in der Grundschule im Finale ausgepackt hast Ah, ja, das Daran erinnere ich mich auch noch Wie könnte ich das je vergessen? Nach der Aktion hast du das ganze Spiel gedreht Und es passt überhaupt nicht zu deinem normalen Stil Eine geniale Falle Dieses Täuschungsmanevo werde ich nie vergessen Das nennt man Siegeswille Hey, das ist eine alte Geschichte Ich nutze gerne meine Stärken Aber wichtig ist nur, dass man gewinnt Das ist alles Ja, es war vielleicht nicht die eleganteste Finte Aber ich hatte das Bild von Kojiro im Kopf Der alles wie ein Vorschlaghammer angeht Und vor allem hat er in diesem Augenblick diese Aura Dass er unbedingt gewinnen will Mit der ich inzwischen ziemlich vertraut bin Hey, Kojiro Spike hat fast dasselbe Vollgas-Dribbling wie du Bring doch den Trick mit dieser Finte bei Hm, warum eigentlich nicht? Ich kann dir schon ein bisschen was beibringen Hör gut zu Viele Gegenspieler lassen sich nicht einfach so durch ein Power-Dribbling überwinden Also Du musst deinen Körper quasi hineinwerfen Wenn du vorbei bist, verlierst du kurz die Balance Aber mach dir deswegen keine Sorgen Es ist egal wie du aussiehst Es zählt nur, dass du vorbeikommst Das Resultat Sie müssen Angst vor dir haben Naja, denk nicht zu viel drüber nach Aber manchmal ist das deine beste Option Also behalt es einfach im Hinterkopf Das ist meine Chance Los Yes Du hast gegen mich ein Tor geschossen Du hast dich in Frankreich echt verbessert, Mizaki Ich muss sagen, gegen dich ein Tor zu schießen Das ist ein echter Schub für mein Selbstvertrauen Aber das schaffst du nicht nochmal Das werden wir ja sehen Was ist denn los, Spike? Was? Du willst den Schuss lernen, den ich gerade eingesetzt habe? Äh, ja, schön, dass nicht nur Kraft zählt Ja, ich kann nicht so schießen wie Kojiro Das Wichtigste ist, sich den Weg zum Tor vorzustellen Du musst die Flugbahn visualisieren, die den Ball ins Netz trägt Und sie beim Schuss im Kopf behalten Sogar so ein sanfter Bogen, wie bei mir, kann schwer zu timen sein Aber wenn man ihn fein genug kalibriert, kann nicht mal Wakashimatsu ihn halten Zuerst stelle ich mir den idealen Bogen vor Dann versuche ich, ihn so gut wie möglich umzusetzen Den perfekten Spin hinzukriegen Jetzt versuch du es mal Stell dir den perfekten Bogen vor Du brauchst auch Technik, aber Kreativität ist genauso wichtig Wenn du das Bild im Kopf hast, setz es um Ja, der sah super aus Jetzt hast du ein Gefühl dafür, oder Spike? Aber du musst das weiter trainieren Bis du die Technik in einem echten Spiel einsetzen kannst Ich helfe dir, zusammen schaffen wir das Kunstschuss, geil! Ich weiß jetzt aber nicht, ob der besser ist als der Tigerschuss Ich hatte den, glaube ich, noch nie Na los, Spike! Warte, wie viel habe ich denn freigeschalten? Was zum Fick? Heute bringe ich dir meine Finte bei Erst hakst du den Ball leicht mit deinem Knöchel ein Dann drehst du dich auf der Stelle Und weichst im Angriff des Verteidigers aus Die Bewegung selbst sollte mit deiner Balance und Technik leicht zu machen sein Das Schwierigste an diesem Trick ist das Timing Wenn du zu früh drehst, weiß der Gegner, was du vorhast Bist du zu spät, nimmt dir den Ball ab, bevor du deinen Move machst Und es gespürt dafür, wie nah der Verteidiger sein muss Bevor du mit dem Trick anfängst, bekommst du nur durch Training Also, ich verteidige und du versuchst mir auszuweichen, okay? Nein, 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 das war zu langsam Nochmal Nicht schlecht, aber ein bisschen schneller Nochmal Jetzt hast du's Merk dir dieses Timing In einem echten Spiel musst du genau auf die Bewegung deines Gegenspielers achten, damit es klappt Hey zwei, seid ihr fleißig? Hallo, Warabe Diese Finte zu sehen, weckt Erinnerung Bist du damit nicht in der Grundschule an Nakayama vorbeigegangen? Echt? Du hast ein gutes Gedächtnis Nakayama sagt, er hat heute noch schlaflose Nächte deswegen Das hat bei mir auch echt Eindruck hinterlassen Du musst auf dem Niveau von Mizugi spielen, Spike, um wirklichen Nutzen daraus zu ziehen Ich freue mich schon, den Move in Aktion zu sehen Viel Glück Geil Wie du weißt, habe ich einen Herzfehler Ich versuchte daher, möglichst keine Schüsse mit der Brust zu blocken Deswegen habe ich mir das hier einfallen lassen Für den Fallrückzieher braucht man Momentum, ja Mit demselben Momentum kann man auch einen Schuss blocken, egal wie stark Aber diesen Block richtig hinzubekommen, ist noch schwieriger als ein Fallrückzieher Das liegt daran, dass ein Schuss des Gegners schneller ist als ein Pass eines Mitspielers Darum ist das Timing schwieriger Jetzt musst du den Schuss des Gegners analysieren Um im richtigen Moment reagieren zu können Und dazu musst du das Tempo deiner eigenen Bewegung ganz genau kennen Na ja, ich sag das zwar Aber bei deinen Fähigkeiten hast du das sicher ganz schnell raus Ich fange mit ein paar sanften Schüssen an Versuch sie zu blocken Und dann steigern wir uns nach und nach Überkopfblock Sichelschnitt, okay Kenn ich jetzt nicht Oh, das gibt's doch nicht Wie viel habe ich denn noch freigeschalten? Jetzt gibt's auch noch ein Bonus-Event Hey Spike, lass uns heute wieder trainieren Oh, geht er trainieren? Dann kommen wir mit Je mehr, desto besser Oh, was für ein Training Das Schutetsu-Trio ist unnachwahrheitshaltsam, wie immer Ja, wenn wir unsere Stärken vereinen, sind wir unschlagbar Hm, bist du dir das sicher? Hey, seid ihr nicht... Ihr seid Niederländer, oder? Was macht ihr drei hier? Wir hatten Freier und da wollten wir ein bisschen mit Spike trainieren Wie genau war das vorhin gemeint? Genau so, wie es geklungen hat Ja Ihr nennt euch die ultimative Kombo? Dass ich nicht lache Was? Okay, das reicht Wir klären das hier und jetzt Ihr drei gegen unsere Holt eure Beyblades raus! Achso Ich schätze, ihr müsst das selbst erleben, um es zu verstehen Na gut Dann wollen wir euch wohl mal eine Lektion erteilen Kommt nur Wir haben keine Angst vor euch Unsere Kombination Das war gar nichts Versteht ihr jetzt? Ihr werdet aber gar nicht so schlecht, wie erwartet Ja, Zusammenspiel ist erst in Sahne Was fehlt ihnen dann? Hm, na gut Nachdem sie deine Teamkollegen sind, kann ich's dir ja sagen Echt jetzt? Bitte, sag uns, was wir falsch machen Wir wollen besser werden Viel besser Bin schon so lieb, darum bittet Können wir euch wohl einen Rat geben Euer Zusammenspiel ist erste Sahne Aber macht immer die gleichen paar Aktionen Ihr seid total leicht auszurechnen Also setzt euer Köpfchen ein Und überlegt euch neue Spielzüge Damit ihr mehr Varianten habt Du musst gerade reden, Kaiser Ach, halt die Klappe Mehr Aktionen, wie? Damit ihr als Team variantenreicher spielen könnt Muss jeder einzelne von euch vielseitiger werden Zum Glück für euch sind wir da Um euch ein bisschen was beizubringen Sollen wir? Ja, Fußball macht umso mehr Spaß Je besser deine Rivalen sind Das wär großartig, danke Isawa Du dribbelst und schießt ganz okay Aber was ist deine Stärke? Äh, meine Stärke? Hm, Kopfbälle würde ich sagen Ich bin ein echtes Kopfballongeheuer Alles klar Da müssten Verzögerungsspiel und Finden für dich gut funktionieren Taki Du bist ein guter Flügelflitzer Aber du kannst nicht immer nur im Vollsprint laufen Wenn das Tempo deines Dribblings nicht ein wenig variierst Werden sich die Verteidiger darauf einstellen Und dann hast du keine Chance mehr Ich kann mich aber nicht erinnern Dass du das im Spiel getan hast, Kaiser Äh, wenn du so schnell bist wie ich Kannst du sie einfach abschütteln Kisugi Du kannst nicht einfach, äh, drauf losschießen Sobald du eine Lücke siehst Wenn der Torwart das weiß Kann er sich auch auf dich einstellen Und deine Schüsse locker halten Du musst ihn auch den falschen Fuß erwischen Also jeden Schuss so nehmen wie ein Elfmeter? Ja, das ist gar kein schlechter Vergleich Kulisman, Kaiser, Lensenblick Danke, Jungs, ehrlich Keine Ursache Wir haben dabei auch eine Menge gelernt Ich hoffe, wir können wieder mal gegeneinander spielen Ja, nicht, dass ihr eine Chance hättet Seid euch da bloß nicht so sicher Wir werden uns rächen Ihr könnt es gerne versuchen Ich freue mich auf jeden Fall drauf So, jetzt müssen wir aber gehen Viel Glück in eurem nächsten Spiel Tschüss Soll das nächste Mal auch mitmachen, Spike Ciao 100 Punkte Vor allem Fähigkeitspunkte Habe ich jetzt gerade gesehen, oder? Das waren doch Fähigkeitspunkte Oh Das ist sexy 500 Fähigkeitspunkte Oh mein Gott Ich, äh, ich habe das Gefühl Dass meine, dass meine Kraft stärker wird Oh, sie steigt Oh, sie steigt Äh, bin ich nicht ganz zufrieden Noch nicht Jetzt Gudi So Ich hatte doch den Kunstschuss Der hat Tempo C Wow Äh, ich, ich Oh, ich habe den Sliderschuss Äh, den mag ich tatsächlich sehr gerne Ich nehme den Sliderschuss Ich mag ihn einfach Deswegen nehme ich ihn jetzt Ähm Bui Oh, was haben wir denn da? Kracherdribbeln Das gefällt mir Das ist im Endeffekt das, was ich Doppelte Berührung Das klingt auch gut Ähm Lichtgeschwindigkeits Tempo Boost Äh, da kriege ich einen Technik Boost Technik Boost ist jetzt nicht das, was ich Wo ich Wert drauf lege Wir machen hier Ich, wir machen hier ein Kracherdribbling Und da machen wir Äh Hier das Lichtgeschwindigkeits Dribbling Äh Topspin Pass will ich eigentlich behalten Äh Da vielleicht die Igelattacke Äh Geschicktes Rutschen Oder ich nehme den Sichelschnitt Bei Erfolg Angriff sinkt Ja, das ist nicht so prickelnd Aber da ist, glaube ich Der gesprungene Block Besser, oder? Ne, da ist der Überkopf Oh, sehr gut Dann nehmen wir doch den Alles klar Gut, ich, ich, da Das, 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 das Denke ich mal Kann ich so lassen So Und jetzt, meine Freunde Wie versprochen Wir werden noch ein paar Booster Packs öffnen Habe ich gehört Hier zum Ende des Parts Ich, ich, ich Habe gehört Wir werden noch ein paar Booster Packs öffnen Äh, es könnte eine schöne Zeit werden Wir haben viele Punkte Alter, haben wir viele Punkte Also ein Zehner Pack Kriegen wir auf jeden Fall Keine Ahnung Wie viele Punkte ich jetzt habe Ich werde doch jetzt wohl Auf jeden Fall Ein paar Tausend haben Alter Fünftausend Fünfzig Ich kriege zwei Zehner Packs Oh, geil Okay Okay Wir, wir, wir machen das alles spannend Schauen wir mal, wie wir alles kriegen Wir kriegen Hine Ist geil Matsuyama Sehr schön Eine Freundschaftsweste Stirnband Da habe ich mehr als genug Da habe ich mehr als genug Ah, Ichinose Das ist jetzt für mich weniger interessant Muss ich ganz ehrlich sagen Nochmal Ichinose So ein schwarzes Armband Das ist immer gut Dolmen, okay Auch weniger interessant Urabe Ah, da bräuchte ich noch einen Dann hat er Stufe vier Hyga Ich brauche mehr Hyga Hyga hat nur Stufe zwei Ich habe so wenig Hyga Oh, Scheiß, das ist geil Yes Russiano Ich habe auch voll wenig Napoleon Natsuyama Sehr gut Einen brauche ich noch Cooles Mann Sehr gut Magus Nochmal ein Napoleon Sehr schön Drei Brauche ich noch Leo Oh, das ist schön Alberto Das freut mich auch Brasilianer sind immer gut Ichinose Sag mal, wie viele kriege ich von dir Doch, zwei noch Dann habe ich Stufe fünf Morisaki Den habe ich glaube ich schon lange noch mal bekommen Oh, Wakashimatsu auf Stufe drei Galvan Ah, Kishida Yes, mein Lieblingstorwart Hernandez Gleich auf Stufe drei hoch Sehr geil Ishida Der ist ja schon Stufe fünf Alter Ass one Ich liebe diesen Torwart Da hätte ich gerne noch einen Oh, yes Gerd Kaiser Auf Stufe vier Und Ishizaki Davon habe ich auch viel zu wenig Geil Wollen wir uns nochmal das holen Oder holen wir uns das Stürmer Wir holen uns das Schatzpaket nochmal Das können wir uns leisten Wir kriegen ein Morisaki Geil Auf Stufe vier Schön Nishio Der ist schon auf Stufe vier Matsuyama auf Stufe vier Geil Ein paar weiße Armbänder Wakashimatsu Der ist jetzt auf dem Weg zu Stufe vier Kulisman Der ist auf dem Weg zu Stufe fünf Sogar schon Und Trainingshandbuch Das ist natürlich auch gut Ah, Sanada Noch ein Sanada gleich Okay Yes Da haben wir wieder Ein Kulisman Mitaki Den habe ich auch schon lange Nimmer bekommen Oder Auch schon lange Nimmer Nishio Napoleon Sehr geil Sorimachi Oh, schön Den würde ich gerne Auf Stufe vier haben Yes Nochmal ein Matsuyama Den will ich auf jeden Fall Ich weiß gar nicht Was das Höchste ist Von der Stufe her Jumizugi Taki nochmal Oh, da hätte ich jetzt gerne Noch meinen Damit der auf Stufe vier kommt Oh, geil Nitter Ich mag Nitter so sehr Yes Hyga auf Stufe drei Jingo Ich hätte gerne Hyga noch mehr Karten Oh, ein Robson Den habe ich auch schon Lange nochmal bekommen Taki auf Stufe vier Nochmal Robson Estichino Einer noch Komm schon Einer Oh, ein goldener Ball Geil Dieter Müller Zwei nur noch Ach, jetzt wieder Ein Hyga Rotkulisman wieder Oh ja, auch nochmal viele Bis der auf Stufe fünf ist Wenn es so weiter geht Ein Honma Oh, jetzt auch Die habe ich auch schon Lange nochmal bekommen Haben wir doch jetzt wieder Viele gute Karten bekommen Sehr, sehr geil Sehr, sehr geil Und ich würde mal sagen Meine Freunde Beim nächsten Mal Wer ist jetzt unser nächster Gegner? Ich glaube, wir sind doch jetzt im Viertelfinale Gegen Argentinien Kann das sein? Ja, Viertelfinale Argentinien Nun würde ich mal sagen Meine Freunde Sehen wir uns beim nächsten Mal Hier an der Ortenstelle wieder Wenn es ins Viertelfinale geht Gegen Juan Dias Und die Argentinier Also gut, meine Freunde Das war ein Let's Back Captain Zubasa Rise of New Champions Für heute Ich danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ciao